Hey Leute, willkommen zu einer Runde Kill-Duell mit Rypex. Hey ho! Und ja, eigentlich wie immer das selbe Prinzip. Wir spielen drei Runden-Quiz-Games, müssen versuchen so viele Kills wie möglich zu machen. Und am besten auch noch die Runde zu gewinnen, damit man dann zwei Punkte bekommt. Oh mein Gott, hat der gute Sachen ja moin. Warte, also nicht nur wenn ich gegen dich gebe, weil ich länger überlebe als du. Also ich muss wirklich die Runde gewinnen, oder was? Also nein, du kannst halt deine Punkte schon sammeln, indem du Kills machst. Der hackt uns! Nein, Spaß! Nein, 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 nein! Mann, ich bin direkt tot. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Kein Kill. Also übrigens erst fancy Jerome im Game. Ich verrate einfach mal nicht, wieso. Hättest du jetzt einen Kill gemacht, deine Kills würden trotzdem als Punkte zählen. So, das mit dem Runde-Gewinn ist halt sozusagen nur ein Bonus. Also einfach nur zwei Punkte, okay. Ja. Hast du schon einen Kill? Ja. Oh mein Gott, ich hab doch jetzt schon verloren. Nein. Nein. Lukas war... Also ich hab auch mit Lukas aufgenommen, mit Lupo. Weiß nicht, ob du den kennst. Also er hatte richtig viele Punkte vor mir. Und da kann ich mit der zweiten Runde doch noch aufholen. Also ist nicht unmöglich. Oh mein Gott, ich werd abgestaubt. Ja, komm schon. Komm bitte bitte! Ja! Nein! Ja! Ja, okay, wenigstens nur zwei. Oh Mann! Okay, okay. Alles klar. So Leute, also wir in der zweiten Runde. Es steht gerade 2-0. Und ja, mal schauen wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Oh nein, ich werd direkt angegriffen! Oh mein Gott, ich werd sterben! Komm, stimmt, stimmt, stimmt! Nein, 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 nein! Nein! Er sweatet, er sweatet! Komm schon, ja! Ja, jetzt Kill! Oh mein Gott, ich hab einen Kill. Okay. Nein, der kommt in die nächste! Wenigstens regeneriert, Mann, wenn man einen Kill noch hat. Okay, ein Kill wenigstens. Oh Mann! Oh Gott! Ja, viel Paar Läsche! Hast du auch schon einen? Ja! Okay, dann hast du drei gegen... Oh mein Gott, also die letzte Runde wird echt hart. Ja! Okay, komm! Oh leil! Ich glaub, der war ein bisschen low. Der Hasen macht wirklich... Er macht wirklich die... Oh mein Gott! Okay, gegen den werd ich gleich verlieren. Ja, moin! Also wenn du jetzt noch zwei Punkte kriegst, nochmal dazu und jetzt noch mal ein paar Leute du totest, dann... Na, jetzt kritisch. Junge, ich krieg keine... Ich bin gerade echt schlecht. Hast du eine Angel? Nein. Hühlt sich mit Angel? Okay. Ja, also an sich schon, aber jetzt gerade hab ich keine. Ich hab nur noch zwei Hertz, ne? Es ist ein Trauerspiel. Ja, jetzt trifft auch keiner von uns gerade. Das ist so. Achso, man sieht die Leben. Kann die Leben auch nicht sehen, okay. Oh Gott. Oha, okay, okay. Oh mein Gott, er rennt direkt. Oh, oh, oh. Okay. Das könnte knapp... Er hatte zwei Herzen. Alles klar. Okay, Leute. Letzte Runde. Es steht 4-1 und er muss jetzt mindestens drei Kills machen, damit wir gleich auf sind zu nur noch ne extra Nummer. Oh Gott, das kann das werden. Okay, jetzt wird gesweatet. Jaja, das muss ich jetzt machen. Hast du früher viel PvP gespielt oder... Ja, damals schon, also... Ja, einen Kill. Okay. Oh mein Gott, ich war zu gierig. Er hat... Ja, okay, zwei Kills. Ich will grad echt weinen, ne? Was waren das für... Ich hab zwei Kills. Rotzrunden, Alter. Ich hab zwei Kills. Oha. Oh mein Gott. Schad. Oh, Mann. Alles klar. So, Leute, wir machen noch ne kleine extra Runde, weil das Video eh noch richtig kurz ist und wir irgendwie noch nicht so wirklich gerissen haben. Wir brauchen noch irgendwas krasses in der Runde. Nicht so ne... Ich hab kein Schwert. Oh mein Gott, ich hab kein Schwert. Sind Leute bei hier, oder? Ich hab immer noch kein Schwert. Das ist Scam. Oh nein. Ja, okay. Das war's auf jeden Fall mit der guten Runde. Mach nicht mehr tot. Ich glaub, ich sterb auch direkt. Oh ne. Ich hab schon mal einen Kill. Oh mein Gott, das eine. Du hast sowas von gewonnen. Ja. Du bist halt einfach besser in PvP. Bald eins versus eins. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das können wir machen. Ja, okay, Leute. Also wenn ihr mal ein 1 versus 1 sehen wollt zwischen uns, dann könnt ihr mal ein Like da lassen. Oh mein Gott, da muss jemand. Danke. Irgendwie hab ich das Gefühl, es ruckelt so ganz leicht bei mir. Oh Gott. Mein PC ist schon richtig veraltet. Ah, okay. Ja. Also, ich glaub ne GeForce geht, äh, was ist GeForce? Sie mal 50 Ti oder wie die ganzen Sachen heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alt. 2 oder 3 Jahre her, ja. Ja. Loi, ich hab ja abgestaut. Okay. Loi, ich hab die Runde gewonnen. Ich wär einfach direkt in die nächste Runde gegangen. Oder? Hä? Bin ich jetzt schon einen neuen Server oder nicht? Ja, ist ein neuer, ja. Hä? Loi? Achso, danke. Geiler Skin. Ja, was ist das? Kann ich zurückgeben. Okay. So. Auf jeden Fall, Leute, war's das mit dem Video. Wenn ich zu viel gefeiert habe, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schau auf jeden Fall auch gerne bei Wildpacks vorbei. Und ja. Das war's mit dem Video heute rein und ciao!